Wird dieser Fremdkeh-Skandal zur TV-Sensation? Tristan Thompson, 27, hat seine Baby-Mama Chloe Kardashian, 34, anscheinend wieder betrogen und zwar mit keiner geringeren als Jordan Woods, 21, der besten Freundin von Chloe's jüngerer Halbschwester Kylie Jenner, 21 Zwischen Tristan und der Design-Ehren ist jetzt Schluss, aber vielleicht muss sie das ganze fiesige Mauschen noch einmal durchleben, denn der Skandal könnte bei Kebling-Abwisse-Kadai-Schans gezeigt werden Die ganze Sache mit Tristan und Jordan wurde mit der Kamera aufgenommen, verriet ein Insider gegenüber Hollywood Live Knülle wisse, dass es schmerzhaft wird, das alles noch einmal zu durchleben, aber sie wolle real sein Sie ist sich bewusst, dass ihre Arbeit mit Kameras zu tun hat und ihre Fans neugierig sind Also hat es für sie auch etwas Gutes, diese Geschichte im richtigen Licht erzählen zu können, hieß es weiter Für die gescholtene Clue wäre das dann nicht das erste Mal Sie machte das alles schon einmal mit Lema Hüdam, 39, vor der Kamera durch, also ist sie daran gewöhnt, plauderte die Quelle außerdem aus und fügte an Es sei wegen der Reality-TV-Show eine Art Selbstverständlichkeit Auch Lema Hüdam war ihr mehrfach fremdgegangen, weshalb sie sich schließlich von ihm scheiden ließ Die jahrelange skandalträchtige Trennungsphase wurde komplett bei Covid gezeigt Fertiglich Erlöse Erlöse Erlöse